Ich bin mir durchaus bewusst, welch starken Eindruck die Ereignisse der letzten Tage auf sie alle gemacht haben müssen. Ich kann mir gut vorstellen, wie schockiert und beängstigend der Gedanke ist, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ich bin mir ferner bewusst, dass sie mir eine gewisse Neugier entgegenbringen und natürlich nähere Details über meine Umstände wissen wollen, in denen ich lebte. Ich möchte Ihnen im Voraus jedoch versichern, dass ich keinerlei Fragen über intime oder persönliche Details beantworten will und werde. Mein Raum war hinreichend eingerichtet. Es ist mein Raum gewesen und nicht für die Öffentlichkeit zum Herzeigen bestimmt. Der Lebensalltag. Dieser fand geregelt statt. Meist ein gemeinsames Frühstück. Er hat ja meist nicht gearbeitet. Hausarbeit, Lesen, Fernsehen, Reden, Kochen. Das war es. Jahrelang. Alles mit Angst vor der Einsamkeit verbunden. Zur Beziehung. Er war nicht mein Gebieter. Ich war gleich stark. Aber, symbolisch gesprochen, er hat mich auf Händen getragen und mit den Füßen getreten. Er hat sich aber, und das hat er und ich gewusst, mit der Falschen angelegt. Nächste Frage. Dann würde der Standard die jüngere Bevölkerung jetzt in der Woche bedanken, möchte ich mich aber auch bei allen Menschen, die an meinem Schicksal so sehr Anteil nehmen. Bitte lasst mich in der nächsten Zeit noch in Ruhe. Dr. Friedrich wird es mit dieser Erklärung erklären. Viele Leute kümmern sich um mich. Lasst mir Zeit, bis ich selbst berichten kann. Natascha Kampusch. Und natürlich jetzt verstärkt mit den Kollegen aus dem Ausland, sprich DNA und so weiter. Also... Und wenn Sie jetzt, und da hat der Herr Wolfram mehr oder weniger gesagt, die Herr Wettbewerb ist ja nochmal nicht möglich. Und das hat der Herr Wettbewerb gesagt. Und das hat der Herr Wettbewerb gesagt. ... Untertitelung des ZDF, 2020